Samstag, 17. September 2011. Wir sind ins Wildhaus. Heute hat Hans Schiesser seinen 50. Geburtstag. Wir möchten dem Hans Schiesser vom Kiosk von Zürich recht herzlich gratulieren und für die nächsten 50 Jahre alles Gute wünschen. Hans, wir stossen heute hier mit dieser Flasche Champagner auf dich und wünschen dir einen ganz schönen Tag.